So, das war's jetzt erstmal bei Facebook und Threads. Yo, ich musste mal wieder ein paar Plattformen verlassen und warum das so ist, darüber unterhalten wir uns jetzt. Und ich verspreche euch jetzt schon, das wird spannend. Viel Spaß. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Metacheles. Ich habe mal wieder ein paar Plattformen verlassen. Wen ich aber nicht verlassen habe, das ist nach wie vor der senderste Sponsor Asus. Schön, dass ihr dabei seid und vielen, vielen Dank für Unterstützung. Ich rede seit über einem Jahr über AI-PCs, also die Form der PCs, die mittlerweile seit dem Frühjahr Copilot Plus PCs, wenn es im Kontext von Microsoft stattfindet, heißen. Und Asus hat da einige von ihm angeboten. Und was sind AI-PCs überhaupt? Das Tolle ist, es gibt ja jetzt hier einen dedizierten AI-Chip, nennt sich NPU, also Neural Processing Unit, wie es eine CPU, eine GPU in euren Rechnern, Laptops oder whatever gibt. Und was macht die? Die hat einfach die Möglichkeit, AI-Modelle zu beschleunigen, lokal laufen zu lassen. Wie kann das unter anderem aussehen? Da hat nämlich Asus auch eine ganze Menge Lösungen. Nämlich zum Beispiel Storycube, dass ihr AI für die Organisation von euren multimedialen Inhalten nutzen könnt. Mewstree, AI für die Ideenfindung, Brainstorming machen unter Zuhilfenahme einer AI. Adaptives Dimmen und Sperren eures Laptops, wenn ihr einfach mal eben ganz kurz aufsteht, weil die Blase drückt oder ihr noch ganz unbedingt direkt vor der Mittagspause nochmal einen Kaffee braucht oder direkt danach. Und last but not least, unter anderem auch AI-Geräuschenterdrückung. Wir machen alle viele Teams und Zoom-Meetings. Nichts ist schlimmer, als Menschen zuzuhören, die einen wahnsinnig busy Background-Noise am Start haben. Da können euch diese Module helfen. Asus hat mittlerweile sieben Geräte von den ProArt-Systemen, VivoBook, ZenBooks, ExpertBooks im Angebot, sind alle im Newsletter verlinkt. Was auch verlinkt ist t.ly slash hallo, t.ly slash hallo. Das ist der direkte Draht zu mir. Da könnt ihr anrufen und dann seid ihr in einem der nächsten Podcast auch schon mit dabei. Genauso wie ihr mit t.ly slash paypalle, t.ly slash paypalle, wie Paypal, hinten noch ein L und ein E dran. Alles klein geschrieben, mir ein bisschen was in die Kaffeekasse schmeißen könnt. Kabumm. So, das haben wir geschafft bis hierhin. Jetzt müssen wir uns mal über Plattformen unterhalten. Für sie. Für euch. Mit ihnen. Mit euch. Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Die Leute, die mir jetzt direkt am Anfang wieder irgendeine Form von Heuchelei, vielleicht sogar Geschäftsmodell vorwerfen möchten. Weil es scheint ja so, als würde ich so einige Plattformen mal ein bisschen öfters verlassen. Twitter vor zwei Jahren, Anfang des Jahres Substack. Und zwischendurch hatte ich tatsächlich mal fünf Jahre Arrivederci zu Facebook gesagt. Dann habe ich es wieder angemacht und muss sagen, ich weiß nicht, was ich damit soll. Also, und was soll ich da machen? Ich verstehe Facebook auch überhaupt nicht mehr. Ich verstehe die Plattform nicht. Ich weiß nicht, wie ich sie bedienen soll. Die ist unfassbar unübersichtlich geworden. Mir werden Dinge in mein Newsfeed reingespült, die zum Teil viele Tage, manchmal Wochen alt sind, wo ich gar nicht weiß, wo die herkommen. Und ich muss dann wirklich auch feststellen, dass, obwohl ich durchaus proaktiv auf die Plattform zugegangen bin, es eine Linkablagehalde wurde. Und das wird dann den Leuten, die mir da folgen, einfach auch nicht gerecht. Das sieht ja aus wie so ein Strukturvertriebler, der meint, mit einer entsprechend hohen Anzahl an Produktkommunikation in irgendeiner Art und Weise auch seine Umsätze steigern zu können. Und darum geht es mir nicht. Ich komme dann auch nicht drauf und antworte nicht mehr auf Kommentare. Und das ist unfair den Menschen gegenüber, die sich dann nämlich die Zeit nehmen und einen Kommentar hinterlassen oder eine Frage stellen und sich dann denken, was ist mit dem Schnösel los? Warum kommt der nicht zurück? Und antworte darauf. Tatsächlich habe ich 10 Minuten gebraucht, um überhaupt zu begreifen, wie ich mein Konto auf Facebook deaktivieren kann. Jetzt kann man mir natürlich vorwerfen, eigentlich ist es relativ einfach, wenn du dich mit der Pfeil auseinandersetzt. Oder Google doch mal. Jo, habe ich getan. Vielleicht liegt es einfach an den Google-Ergebnissen, dass das so schlecht war. Naja, irgendwann habe ich es geschafft, das Ding ist deaktiviert. Aber warum denn jetzt Shreds? Da warst du doch so toll unterwegs und so lange und so begeistert von. Ja, war ich auch. Aber in den letzten Wochen und Monaten ist es ein bisschen nervig geworden. Zum einen, ich war ja über den Sommer in Deutschland, haben die mir mein Sharing rüber ins FDiverse abgeschaltet. So irgendwann im Oktober. Was bedeutet das? FDiverse-Sharing, dass die Leute, die irgendwie auf Mastodon, Frendica und so weiter unterwegs sind, auch die Inhalte von Shreds sehen können. Und dann dachten die wohl, hey, meine Güte, vielleicht ist er jetzt wieder ein Europäer geworden. Ich meine, das hat sich nie verändert. Steht zumindest in meinem Pass so drin. Beziehungsweise dort ist ein Land aufgeführt, was durchaus in der Mitte von Europa zu verorten ist. Aber das machen die dann einfach mal dich und dann meldet sich auch keiner mehr. Und du kannst auch niemanden erreichen und fragen, hey, Freunde, was ist hier los? Aber vor allen Dingen, was mir richtig auf den Sack ging, und da zeigt sich diese ganze, ja, diese ganze Doppelmoral in einer gewissen Art und Weise. Ich glaube, Mark Zuckerberg hat der Trump nicht sogar mal irgendwann gesagt, wenn der nochmal so ein Ding bei den Wahlen macht, dann ist er im Knast. Ja, was der mit nochmal so ein Ding meinte, weiß keiner. Aber mein Gott, wir wissen viele Sachen nicht mehr, wenn wir uns die Entwicklung der letzten Wochen und Monate anschauen. Und müssen uns immer mal wieder fragen, wohin führt das noch? Aber Mark Zuckerberg gehörte mit zu den allerersten Menschen, die dann sagten, herzlichen Glückwunsch, Mr. President. Und alles Gute für die neue Amtszeit. Und wir freuen uns darauf, auch in Zukunft zusammenarbeiten zu können. Das hat übrigens auch ein Tim Cook gemacht. Das hat übrigens auch ein Satya Nadella gemacht. Das hat auch ein Jeff Bezos gemacht. Und dann denke ich mir so, oh, vielleicht ist das ganze Ding doch nicht ganz so kundenzentriert unterwegs. Mal davon abgesehen, dass in den letzten Wochen vermehrt mir irgendwelche Pornbots-Spammer ihre Telegram- und Onlyfans-Gruppen in den Kommentaren verkaufen wollten. Es ist nervig geworden. Der Algorithmus im For-You-Feed, der muss bedient werden. Der muss nicht nur bedient werden, um den müsst ihr euch kümmern, um den müsst ihr pflegen. Einmal falsch geklickt, schon zwei, drei Tage irrt ein Rotz wieder in dem Feed. Und der war mal eine Zeit lang sehr, sehr gut. Ich würde sogar sagen, mit einer der besten Algorithmen getriebenen Feeds, die ich jemals hatte. Aber ich habe auch ein Problem mit Machtkonzentration. Ja, Facebook, Instagram, WhatsApp, Threads, alles unter einem Dach. Gut, das sieht bei einem Google jetzt nicht großartig anders aus. Aber bei aller Liebe, mal von diesem einen Fauxpas bezüglich der Deaktivierung meines Facebook-Accounts abgesehen, rein suchtechnisch bin ich tatsächlich häufiger auf Perplexity unterwegs. Ich nutze hier viel, viel stärker, insbesondere für englischsprachige Suchen, weil ich ganz einfach im deutschsprachigen nicht unbedingt so auf die mit Springer-Produkten durchfluteten Ergebnislisten mich auseinandersetzen möchte. Gerade im Englischen nutze ich gerne Perplexity-AI und bin da sehr, sehr happy mit. Und genauso ShedGPT. Da ist die Suche eine Ecke besser geworden. Und ich habe das Gefühl, dass ich einfach auch wirklich relevante Inhalte finde und nicht irgendwelche von SEO-Spammern zugeknallten Top-Ranking-Positions, die dann irgendwie so zweimal am Tag geupdatet werden, um die Aktualität, den Trigger der Aktualität des Algorithmus zu nutzen. Also Google hat natürlich mit YouTube und mit der Suche auch einen Riesen-Impact. Ich bin Nutzer von Android-Phones. Aber auch hier merkte ich, ich versuche zu diversifizieren. Ja, ich bin noch auf Instagram, brauche ich für einen Job. Da ist auch meine wichtige Storyline. Ich bin ganz, ganz schlechter Instagram-Poster, also für den eigentlichen Feed. Und Stichwort Feed, da ist es genauso. Mein Feed wird tatsächlich andauernd unterbrochen von Inhalten von Menschen, denen ich folge. Dabei möchte ich doch viel, viel lieber die 80% Werbung und Reels und anderen hier für dich vorgeschlagenen Inhalte sehen, die zum größten Teil irrelevant sind. Das erinnert mich an MTV der 90er Jahre, als dann immer mal wieder die großartige Crazy Frog Klingelton Werbung durch Musik unterbrochen wurde. Musikvideos sind die bekloppt gewesen. Ich glaube, deswegen gibt es die auch nicht mehr. Ich glaube, die gibt es sogar noch. Aber jetzt mal eher alles andere als erfolgreich. Also, die nutze ich weiterhin, genauso wie WhatsApp. Mitacheles hat ja auch eine WhatsApp-Gruppe. Aber was mache ich denn jetzt stattdessen? Mastodon und Blue Sky. Ich glaube, dass freie Protokolle und dass dezentrale Netzwerke, insbesondere bei Social Media, so extrem wichtig sind. Gesamtgesellschaftlich auch gesehen. Wo nicht irgendein Tech-Bro wie ein Zuckerberg, der sich meint, er ist einer von den coolen Jungs, weil er irgendwie einen anderen Ausstatter hat und die Haare ein bisschen offener trägt. Oder ein Elon Musk, der, wenn er mal gerade nicht Diablo 4 zockt, für den Trump über die Bühne hüpft. Und Menschen immer noch glauben, dass er parallel dazu fünf oder sechs Companies führen würde. Ich möchte nicht mehr in der Abhängigkeit von solchen Typen sein, die von einem Tag auf den anderen entscheiden können, was mit deinem Konto passiert, ob es dir weggenommen wird, was mit den Algorithmen passiert. Und das habe ich ganz einfach viel, viel stärker bei Blue Sky und bei Mastodon. Jetzt kann man sich natürlich sagen, wow, ist das überhaupt so relevant? Hast du deine Reichweiten da und so weiter? Reichweiten nicht ansatzweise, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass Reichweiten oder dieses Reichweiten-Spielchen einfach nicht mehr gespielt werden sollte. Sondern es geht darum, wie wir Relevanz erreichen. Und wenn du meinst, mit deinen 100.000 Followern auf Twitter in eine Blase hineinzusprechen, die zu 50, 60 Prozent mittlerweile von irgendwelchen Bot-Accounts bestimmt wird, wo ein Algorithmus einfach auch noch genauso vorgeben kann, was auf- und abgewertet wird. Und wenn du nicht bereit bist, dafür deinen blauen Haken zu zahlen, du von vornherein schon schlechtere Karten hast, dann macht das einfach so weiter. Ich möchte das aber nicht. Und irgendwann muss man sich fragen, ey, wie sehe ich das Netz? Welchen Anspruch habe ich? Wie viel Idealismus kann ich mir leisten in meinem Leben? Und müssen wir uns nicht alle genau diesen Idealismus leisten? Ist es nicht total wichtig zu sagen, bis hierhin und nicht weiter, anstatt alles mitzumachen? Gibt es nicht ein völlig anderes Netz da draußen, was vielleicht ein bisschen unaufgeregter ist? Wo man vielleicht nicht andauernd die Trending-Topics hat und die neuesten News mitbekommt. Aber mein Gott, dafür gibt es auch Nachrichtenportale. Dafür gibt es auch Journalistinnen und Journalisten, die News einordnen können, die sie kategorisieren, die sie filtern können, um den Bullshit rauszubekommen. Die vielleicht nicht sofort Trigger-Happy-Finger unterwegs haben am Mausrädchen, an der Return-Taste, an der linken Maustaste, um die Ersten zu sein, die die Breaking-News hier rausbringen. Sondern die vielleicht mal ein, zwei Momente rauszoomen, sich ein bisschen zurücklehnen, ein paar mehr Quellen erst mal sich geben. Was übrigens ja eigentlich auch eine journalistische Grundvoraussetzung sein sollte. Und dann entscheiden, worüber sie berichten. Ich glaube, das ist die Zukunft, diese Unabhängigkeit. Und wenn ich mal richtig rumspinnen darf, wenn ich von diesem Fediverse rede, oder wenn ich generell sage, dass Protokolle wichtiger als Plattformen sind. Und im Fediverse, und was wir mit Mastodon haben, haben wir das sogenannte Activity-Pub-Protokoll. Bei Blue Sky ist es das IT-Protokoll. Wenn ich davon rede, dann habe ich natürlich in einer gewissen Art und Weise eine Vision. Wenn ihr eine Webseite aufmacht, was habt ihr denn da vorne dran stehen? HTTP. Die wenigsten wissen heute noch, wofür das steht. Das ist das sogenannte Hypertext-Transfer-Protokoll. Das ist ein freies Protokoll. Und das ist ein Standard, der es uns ermöglicht, von jedem Rechner, von jedem Device, was einen Internetanschluss hat, was einen Browser aufmachen kann, und nicht nur das, das kann ja auch in einer gewissen Art und Weise auf einer Kommandozeile ablaufen, dass wir auf Inhalte von diversen Webseiten zugreifen können. Wenn ihr mir eine E-Mail schickt von Web.de oder Hotmail oder aus eurer Firma an Gmail, dann könnt ihr über SMTP, nämlich ein weiteres Protokoll, mir diese E-Mail an meine Gmail-Adresse schicken, obwohl die ja in komplett anderen Organisationen unterwegs sind. Das heißt, das gesamte Netz, so wie wir es uns nutzen, okay, große Teile des Netzes, so wie wir sie jetzt nutzen, nutzen, freie Standards, offene Protokolle. Ansonsten hätte sich das Netz niemals so entwickeln können. Und wenn du, so wie ich, auf Social Media in einer Tour unterwegs bist, kommunizierst, dich vernetzt, weltweit, es dir wichtig ist, dich mit anderen Menschen austauschen zu können, dann glaube ich, dass es auch wichtig ist, dass du hier drüber eine gewisse Kontrolle hast. und das fängt immer mit dem Protokoll an. Und das bieten mir diese beiden Plattformen. Blue Sky vielleicht ein bisschen weniger im Moment, denn das, was sie uns seit einiger Zeit erklären, beziehungsweise seit Gründung, dass dies auch eine dezentrale Plattform ist, diesem Beweis bleiben sie zumindest final ausgeführt noch schuldig. Ich mag mich da irren, vielleicht gibt es mittlerweile schon andere Instanzen. aber über Activity-Pub-Protokoll, wo unter anderem auch Mastodon drüber läuft, da ist es alles möglich. Und daran glaube ich, und wenn ich eine kleine Vision hinten noch heraus spinnen dürfte, wäre das nicht irgendwann total toll, dass wir alle zu Hause ja, so eine kleine Kiste stehen hätten, vielleicht nicht größer als so ein Mac Mini und da habt ihr eure Profile drauf und da habt ihr eure eigene kleine Instanz wie ein kleiner persönlicher Mail-Server, die auf einem offenen Protokoll rennt und ihr habt die Möglichkeit, alle möglichen Services damit zu nutzen, zu bedienen und all diese Services haben die Möglichkeit, eure Inhalte abrufen zu können und wenn ihr dann einfach mal keinen Bock mehr darauf habt, dann zieht ihr den Stöpsel. Ist das nicht irgendwie so eine Zukunft, die erstrebenswert ist, wo man sagt, ich habe hier die Hoheit, nicht nur über meine Daten, auch was mit denen gemacht wird, wie ich sie persönlich einsetze, welche Inhalte ich sehen möchte, mit welchen Plattformen ich interagieren möchte, ist das nicht eine Vision eines Netzes, die unterstützenswert ist? Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Erstmal nochmal vorab, vielen, vielen Dank für all euren Support, t.ly slash hallo, da könnt ihr Feedback geben, t.ly slash Paypal, da könnt ihr mir was in die Kaffeekasse hineinschmeißen, aber nochmal die Leute, die das jetzt über Threads in den Feed gespült bekommen und sich sagen, meine Güte, musst du jetzt hier schon wieder auf eine andere Plattform gehen, ja, dicke Sorry. Wenn Threads dann irgendwann auch mal die Geschichte mit dem Activity Pub Protokoll umgesetzt habt, könnt ihr sowohl meinen Newsletter wie auch das, was ich auf Mastodon schreibe, auch darüber empfangen und darauf freue ich mich dann, aber ich möchte nicht mehr, dass Threads oder das Facebook in irgendeiner Art und Weise der initiale Ausgangspunkt meiner Inhalte ist, sind, sein, werden. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und Tschau.